Sie sind gelangweilt vom Alltag, ja sogar von Ihrem eigenen Ich. Was Sie brauchen ist eine Herausforderung, etwas, das Sie wirklich Überwindung kostet. Sie suchen Abenteuer, das Ungewöhnliche. Sie wollen Ihre Grenzen erkunden. Also, stellen Sie sich einer echten Mutprobe. Nur so werden Sie ein anderer Mensch. Fester, wenn Lesen zur Mutprobe wird. Ein Geruch wird Valentina nicht verändern. Er ist noch錄entes. Die Lehre gefüllt es, das Sie unsere nenntonen Schleswig-Hümer.